Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Star Wars Battlefront 3 mit mir, dem Mr. Sick und dem ACC Akut. Und wir spielen, ja, ich will diese Tipps nicht mehr, meine Güte. Und wir spielen eine Runde Battle of Jakku. Die Rückrunde, sozusagen jetzt auf der Seite des Imperiums. Obwohl, das, was noch ist, ja. Das, 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 ja, ich denke, das passt. Und, ja, mal gucken, wie wir uns diesmal schlagen. Ja. Ich muss doch bloß gerade eben noch eine Hand noch umändern. Was? Diesmal müssen wir verteidigen. Ähm, ganz rechts müssen wir verteidigen. Ja, das ist halt immer mit dem Aufteilen hier auch. Wuh, open the strike, alter, direkt an der Presse, ey. Du spinnst wohl. Och man, jetzt rennt mir gerade einer von uns vor die Waffe, wenn ich diese Wunskanon habe, oder was, ey. Das ist doch nicht normal, ey. Wuh, die Dragon War hat mich kaputt gemacht. Die Rebels haben uns temporär zurückgezogen und haben einen Kontrollpunkt genommen. Ich bin beim rechten, der hier gerade erobert wird. Okay. Ach. Na egal, mitgenommen, passt. Ja, ich denke halt auch, ich renne auch immer so hin und her zwischen den Sachen. Ja, halt so lange wie möglich die Dinger halt halten. Ja. Egal wie. Oh, da sind fünf, ne? Sechs. So. Ja, wie schwierig das ist. Auch da ist der Mann, ey. Verpiss dich. Wo ist denn da? Jetzt ist keiner hier, wenn ich... Wir waren da überall. Der eine war irgendwo zwischen den Dingern da. Genau. Ich komme gerade noch ein bisschen durcheinander mit meiner Tastaturbelegung. Wenn ich ehrlich bin... Ich musste mein System neu aufsetzen, weil irgendwie mein Computer und gar nichts mehr ging. Oh, da steht ja einer. Und ja, dadurch sind gewisse Einstellungen natürlich weg. Und dann muss ich erst mal wieder sein gewöhnt. Aber alles gut. So, das wird schon... Oh, rechts verlieren wir den schon fast. Guck mal, ich glaube, das Ding ist verloren. Ja, beide. Okay. Können wir uns ja schon mal zurückziehen. Wie zurückziehen? Geht noch drauf hier, volle Lutsche. Alter, ich glaube, da habe ich den gar nicht getroffen, oder was? Ja, hat sich gelohnt. Ja. Hat sich. Oh, ETSD. Oh, schade. Ähm, jo. Welchen nehme ich denn? Ich gehe mal zum Linken. Ja, da stehen noch irgendwelche Naps ganz hinten bei denen, äh. In den Gegnern. Keine Ahnung, wieso, aber... Ich versuche doch mal hinzukommen und die zu töten direkt. Ja, uh, kriege ich einfach mal so auf die Schnauze. Äh, mein Gott. Nein. Jetzt habe ich das falsch, wenn ich auf er gedrückt habe. Äh. Na, der rechte, da gehe ich mal direkt hin. Gehst du zum Linken? Ja, ich bin beim Linken. Okay, da gehe ich zum Rechten. Ey, das ist total strange, ne? Ich bin das gerade noch so gewohnt, ähm, vom Rainbow Six Siege, mich nach links und nach rechts zu lehnen. Ja. Das hatte ich mal direkt, äh, als wir mal irgendwie ein weiteres nacheinander gespielt haben. Da war das richtig verwirrend. Ja, nach links, rechts lehnen und um die Ecke gucken. Ja. Das funktioniert da nicht. Ey, das ist eigentlich so gut, ne? Warum man das irgendwie nicht standardgemäß bei Shootern drinne hat. Ja. Das gab es früher bei Mercos Army, da gab es das auch noch. Das fand ich halt auch immer, das habe ich seitdem auch irgendwie nie mehr bei Shootern gesehen so richtig. Wobei ich weiß, ob das so schlau ist bei so schnellen Shooter Games. Ja gut, hier jetzt vielleicht nicht, hast du auch wieder recht. Du bist ja eigentlich immer nur am Rennen und am Schießen. Oh mein Gott. Oh, ich bin nach der falschen Richtung gelaufen. Ach, fuck you. Hast du auch geschafft? Nee, ich habe noch in den Momenten, ähm, ähm, mein Ding ins Gezündet hier. Achso. Mein Jetpack. Aber es hat nichts mehr geholfen. Na ja, ich bin halt, wir waren halt direkt in der Linie. Erst im Platz, ich bin dran, aber da bin ich jetzt halt doch noch schön in den anderen Grad. Klappt also. Boah, ihr Huren, Alter. Warum denn so von so weit weg? Nein. Knapp. Wir halten die schon ziemlich lange, muss man sagen. Ja, das stimmt, die haben nur noch 2,40. Ist in sich nicht verkehrt. Immer die Vans zu meinem hier kommen bei dem... Wat? Wo? Was? Okay. Mann, das wollte ich gerade den ATS-Team nehmen. Unfair. Falls ihr euch wundert, warum ich immer springe, wenn ich den Sprengsatz, äh, die Streukanaten werfe. Das liegt damit zusammen, dass die dadurch ein Stück weiter fliegen. Das finde ich an sich nicht verkehrt. So, von wo wixst du mir die ganze Zeit einer an? Kommt einer hat nach links übergelaufen. Okay, wir verlieren rechts was. Oh, oh, oh. Boah, stirbt doch einfach. Oh, Mann. Scheiße, wir verlieren den Rechten gleich mal. Ja, ich komme hin. Obwohl, da ist jetzt keiner mehr. Ah, gut. Huh. Ja, ich denke mal, die werden trotzdem ja natürlich hier hingehen. Da ist noch einer zwischen diesen Pferaks. Oh, da hinten kommen auch noch welche. Oh, ich habe endlich mal wieder einen gekillt. Ah, das ist ja geil. Oh, wo ist das Schild jetzt hin? Wo ist das weg? Oh. Oh, von... Von wo? Von wo erschießt der mich immer? Schaut er gleich. Weiß ich nicht. Ja, noch 30 Sekunden. Ich gehe mal zu dem linken Punkt. Oh, boah, ja, schotten die. Haben wir schon über den. You mustn't stop them. Nice, Serino. Ja, geil. Das ging ja relativ flott, wenn man mal ehrlich ist. Da haben sie ein bisschen verkackt, die Rindeln. Oh, ich habe ganze zwei Kills. Ich bin der beste. Der besten überhaupt. Hauptsache gewonnen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, Leute. Das war eine relativ kurze Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschaußen. Tschüss. 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 Was ist denn Tschüss? Ja, ich habe mich leider versprochen. Gey. Tschüss. Tschüss. Tschüss.